Hallakbar! 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 Yo Leute, was geht? 2Kings am Start. Heute mit einem neuen Video. Und zwar ein Vlog. Wo wir ein bisschen an den Tag filmen, was wir heute alles machen. Und zwar wollen wir auch heute einen ganz speziellen Tag machen. Da der Valentino Geburtstag hat. Es wird auch eine Überraschungsparty für ihn geben. Und die werden wir organisieren. Und dann müssen wir noch Geschenke kaufen und alles. Und das machen wir heute einfach mal. Und filmen das. Dann müssen wir noch ein paar andere Sachen nehmen, wie Pommes essen. Für mich all die Auflade holen, da ich kein Internetflat mehr habe. Und all solche Sachen halt. Ja. Wir steigen jetzt gleich wieder in den Bus. Und dann viel Spaß bei dem Video. Hab der Lein. Wir sind der Hauptbahnhof jetzt. Nächster, hallo. Nächster, hallo. Nächster, hallo. Hallo, hallo. Da sind wir jetzt beim Video angekommen. Jetzt macht er sich hoffentlich mal fertig. Sonst liegt der Faktor von mir und Jakob. Dann werden wir zum Aldi-Snappen Auflade holen. Und dann geben wir noch schön was essen. Auflade. Fabio. Hey du Huren, wo bist du, Alter? Im Bus. Wie im Bus? Wo bist du im Bus? Was? Was? Kommandant zu Jäle. Wir wollen noch Aldi. Was? Forde will Aldi gehen. Ich verstehe nicht. Forde muss noch Aldi. Zum Aldi. Deutsche Grammatik hier. Beschreib ich verstehe nicht. Forde muss noch zum Aldi. Aufladekarte holen. Okay. Fabio, das war's mit der Zusammenarbeit auf YouTube. Wir hören jetzt zusammen auf. Wir wollen nix mehr mit dir zu tun haben. Tschüss. Tschüss. Keine Ahnung. Warum fährt er so schnell? Fick dir Lipp! Fick dir Lipp! Fick dir Lipp! Alter. Du bist ja nass hier, Alter. Das ist ein Uni, Junge. YouTube meint die Regeln. Alles klar? Ja. Fick dir Lipp! 15 Grad! Boah, Junge, das ist so bra, Alter. Jo, Leute. Da ist jetzt Tisch. Da ist jetzt auf der Fahrgabe getroffen. Ja, du willst gesagt. Wir haben 26 Grad, Alter. Haben Sie was zu sagen, Jakob? Und zwar sind wir jetzt gerade auf ein Produkt gestoßen, den muss man sich auf jeden Fall gönnen. Von Trader Joe's, also ISD Fürsicht und würde wahrscheinlich nicht so teuer sein. Link in der Beschreibung nicht vergessen, haut rein! Jetzt werden wir mal zuschauen, wie die Too Crazy ihr Video drehen. Wir sehen uns dann später wieder, wenn sie ihr Video gedreht haben. Da wollen wir auf jeden Fall noch was essen gehen und haut rein! Da sind wir wieder back and business! So und zwar jetzt, die beiden haben jetzt ihr Video zu Ende gedreht. Mit bestraft und schaut auf jeden Fall bei denen im Kanal vorbei. Oh du Missgeburt! Ich Missgeburt! So ich glaube der Jakob heult gleich sonst. Wir zeigen das jetzt mal ganz kurz, wie er da runter springt. Ähm, bevor er noch heult. Das mit den Sponsoren meine ich nicht ernst jetzt. Also auf jeden Fall ISD Besorgung von Aldi. Von Trader Joe's, perfekt, schmeckt gut und ist billig. Ja! Wir sehen uns gleich wieder beim Pommes Essen! Genau! Und zwar haben wir ein neues Produkt zu unserer Pommes. Kollektion bekommen. Und zwar handelt es... Nehmen wir die... Rhodes 66! Ein billiges Energydrink, aber auf jeden Fall sehr küsslich. Nimm Bruder, nimm dir einen mit. Das gebe ich dir aus. Hau rein! Youtube meine Regeln! Muss schon sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Gönnt es euch! Gute Stop drücken, bevor ich alles noch auskotze! Ja! Hau rein! Mach Dornvale, Hashtag 1-30er! Mach Dornvale, Hashtag 1-30er! Und danach hier 1-30er oder hier geboren! In der Mitte! Ja, Hashtag 1-30er wäre geil! So Leute, Dogtags sind jetzt gemacht! Ich wohne immer über Valen nennen! Die werden jetzt hergestellt gerade! Und jetzt chillen wir hier ein bisschen! Klären ein paar Sachen! Warten noch auf ein paar Leute, um die Geschenke zu kaufen! Fällt Dornvale! Dann gehen wir gleich zur Überraschungsparty! Na Jungs, hast du mal anders gemacht? Ich laufe! Und machen das alles klar! So, jetzt haben wir kurz Shisha-Leo! Und da haben wir ein bisschen was gekauft für unseren Freund Valentino! Einmal ein Shisha-Tabak von Start Now! Man sieht die Cola und man sieht die Eau! Ich muss einen professionellen Tipp geben! Und 1 Kilo Cola! Wir gehen gerade jetzt zum Marktjob, um das Geschenk von Domenico und dem Jakob zu holen! Er hatte zwei Posten an! Der hatte alle den Schuhe an! Schon wieder, du, Alter! Den ganzen Tag, oder? Guten Tag! So, wir haben einen Prangas! Grüß! Geholt! Für den Valentino natürlich! Wir machen irgendwelche Anfragen! Man sieht mein Gesicht nicht! Dieses Geschenk ist natürlich jetzt von Domenico und von dem Jakob! Man weiß nicht, fängt jetzt ein weiteres Geschenk von uns allen! Und ja, wir müssen gleich noch auf jeden Fall die Gravour abholen! Da sind wir jetzt beim Valentino angekommen! Leider hat der kleine Bruder sich verplappert! Und deshalb ist diese Überraschungsparty leider daneben gegangen! Leider, leider! Nochmal alles Gute an unseren Buddy! Everybody, wie geht's heute? Alles Gute! Die sind einfach nicht kaputt gegangen! Ich bin das nicht, das ist Jakob! Das ist mal! Guck mal, was mir grad in der Hose aufgeplatzt ist! Ich bin das nicht, das ist Jakob! Wir steppen jetzt zu dem Gio von den 2 Crazys! Weil der Gio morgen abhaut! Und morgen nach Italien! Ja! Und meine Haare gehen wieder richtig weiter! Das wäre ein bisschen weiter zu fahren! Das bedeutet, wir steppen jetzt ein bisschen zu dem, chillen! Ein bisschen weit! Ja! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Ja Leute, das war auf jeden Fall eine geile Abende! Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Wenn euch das gefallen hat und wenn wir weiter solche Videos drehen sollen, dann kommentiert einfach, lasst einen Like, wie ihr ja schon gesagt habt, der Kanacke hier. Und ja, abonnieren, machen wir uns Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns dann. Tschüss.